In den Notizen von PowerPoint-Präsentationen habe ich im Normalfall sehr umfangreiche Informationen hinterlegt. Wenn ich jetzt in der Referentenansicht bin, dann langt der Platz in der Referentenansicht nicht, alle diese Informationen anzuzeigen. Das heißt, ich muss da ständig hin und her blättern und das irritiert mich, weil ich ja nebenher vortragen soll. Markus, die Referentenansicht ist anpassbar. Schalte doch mal die Referentenansicht auf deinem Bildschirm ein. Jetzt siehst du einmal unter den Notizen Buchstaben A plus und A minus. Damit könntest du die Schriftgröße verändern, aber wahrscheinlich wird dir das nicht reichen, um deine umfangreichen Notizen anzuzeigen und sie trotzdem noch gut lösen zu können. Deshalb gehen wir anders vor. Zieh mal mit gedrückter Maustaste an der senkrechten Linie und zieh die nach links. Damit vergrößerst du jetzt deinen Notizenbereich. Genauso kannst du die waagerechte Linie nach oben ziehen und im Extremfall, falls das immer noch nicht reichen sollte, kannst du die Linien so weit ziehen, dass die Folien komplett ausgeblendet werden und nur noch deine Notizen zu sehen sind. Jetzt passt du unten mit den beiden A's nochmal die Schriftgröße an, so dass du es bequem lesen kannst und kannst auch so deine umfangreichen Notizen gut verwalten.